Stopp! Wir müssen aufhören. Sie sind schwanger. Ich bin noch Jungfrau. Jungfrau. Pink bedeutet schwanger. Also, vor zwei Wochen. Da gab ich deine Spermien der falschen Frau. Wie bitte? Du hast was? Mit Golden Globe-Preisträgerin Gina Rodriguez. Ich bin der Vater. Was? Von dem Baby, das sie erwarten. Du willst die Scheidung? Und jetzt mal ehrlich, das wusstest du auch. Deshalb auch die Befruchtung hinter meinem Rücken. Ich bekomme das Baby. Ja, wir geben es dem Vater. Er und seine Frau wollen es so sehr. Damit komme ich klar. Eine neue Dramedy mit Herz. Jane the Virgin. Die komplette erste Staffel. Jetzt als DVD. Keine Gefangener, hm? Klar, nein! Wenn du den Hebel umlegst, sterben diese Leute.